Da kommen unsere Karre. Wer weiß, wie man das Auto behandelt? Ich nehme euch jetzt mal mit auf den Ausflug und über ein paar Sachen quatschen. Aber steigen wir erstmal ein und genießen ein bisschen das Wetter im Rari, oder? So, jetzt machen wir erstmal einen klitzekleinen Ausflug zum Strand. Das Hotel hat tatsächlich einen Privatstrand, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und insofern würde ich den natürlich sehr gerne mal kurz sehen. Aber wir haben nicht allzu viel Zeit, wir werden uns den kurz angucken. Vielleicht mal die Füße ins Wasser hängen, aber nichts Besonderes. Denn dann sind wir verabredet im Binoose Gym. Also, erstmal Richtung Strand und bis dahin genießen wir so ein bisschen die Aussicht hier. Ja, wird Dubai meine Heimat? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist glaube ich, ich denke viele, die sehen, jemand geht nach Dubai, denken sich dann, okay, das ist der Nächste, der da hinzieht. Und ich würde es auch nicht kategorisch ausschließen. Und ich finde, da ist auch gar nichts Schlimmes dran. Ich hatte schon mal in einem Stoffland-Flussbeitrag ja darüber gesprochen, wie krass das eigentlich ist, was man in Deutschland an Steuern zahlen muss. Witzig an der ganzen Sache war, dass sich dann sehr viele gemeldet hatten, die halt das so gar nicht nachvollziehen konnten. Quasi zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis oder so. Darauf war das gar nicht bezogen, sondern es war wirklich auf einen Selbstständigen bezogen. Und ja, um es kurz zu machen, lassen wir mal das Steuerliche außen vor. Ich weiß, das interessiert die meisten von euch, die steuerlichen Vorteile in Dubai. Und wenn euch interessiert, wie einfach oder schwer das ist, sich in Dubai geschäftstechnisch anzumelden und dann Steuern zu sparen. Und inwiefern sowas überhaupt möglich ist. Ist das überhaupt so möglich? Kannst du dann überhaupt in Deutschland bleiben oder nicht? Ist das so einfach, wie man sich das vorstellt? Wir wissen es mittlerweile ganz genau. Wir haben uns hier sehr genau informiert, weil wir natürlich viele Leute getroffen haben, die das hier machen. Franz macht das zum Beispiel. Janimon macht das. Und wir haben uns ausführlich mit allen unterhalten. Und insofern, wenn euch ein ausführliches Video genau darüber interessiert, was müsstest du tun, um in Dubai Steuern zu sparen quasi, dann schreibt es in die Kommentare. Dann würde ich euch komplett erklären, wie das Prozedere wäre, wie die Regeln sind, was du zu beachten hast, damit es wirklich so ist, dass du nur diese 5% Steuern hast, die es hier in Dubai gibt. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Was ich an Dubai bis jetzt krass finde und ich bin nur ein paar Tage hier, ist, wie unfassbar connected man hier von heute auf morgen ist. Du hast sehr viele Leute, die das gleiche machen wie du. Und damit meine ich gar nicht jetzt unbedingt Fitness, sondern ich meine einfach viele Leute, die selbst einfach selbstständig sind, sich ein Business aufbauen, Interessen haben und Interessen bündeln und verknüpfen wollen. Das merkst du sofort. Der Vibe ist überall so. Die Leute suchen Kontakt mit dir. Die quatschen mit dir. Die fragen dich, was machst du? Wollen connecten. Wollen was miteinander starten. Also hier bist du eigentlich, wenn du jemand bist, der sich was eigenes aufbaut gerade, dann bist du hier unter Gleichgesinnten. Das ist genau... Dubai ist genau dafür da. Ich habe das Gefühl, Dubai ist fast nur zum Netzwerken da. Und deswegen ist es eigentlich, muss man sagen, habe ich das Gefühl, eine relativ große Chance einfach hier zu sein. Auch rein Business-technisch, muss man einfach sagen, in jeglicher Hinsicht, auch Influencer-technisch, egal was. Und das macht die Sache natürlich sehr, sehr verlockend. Ich bin jetzt nicht hierher gekommen, um nach Dubai zu ziehen. Das muss man dazu sagen. Bin ich nicht. Als Emil und ich hier waren, haben wir uns gründlich über alles informiert, wie es aussehen würde. Wir wären ja auch blöd, wenn nicht. Weil die Möglichkeit besteht und es ist auch eigentlich eine coole Sache. Und es lockt. Das klingt halt verlockend. Zum jetzigen Zeitpunkt muss ich natürlich sagen, ich habe sehr, sehr viel, das mich in Deutschland hält. Ich habe zwar jetzt nicht mehr so viele Leute, die standardmäßig Personal Trainings im Coaching haben. Aber es ist doch immer noch deutlich mehr als das, was mich in Deutschland hält. Zum Beispiel auch meine Freundin und eben viele andere Faktoren. Das heißt, so von jetzt auf nachher ist das keine Entscheidung, die getroffen werden kann. Aber was ich sagen muss ist, das sagt jeder, der hier gewesen ist und ich kann es bestätigen. Der Umgang miteinander, der Vibe, die Menschen, die du triffst und wie sie dann sind, obwohl sie tatsächlich schon in Anführungsstrichen krass sind, ist beeindruckend. Denn hier hat jeder irgendwie was erreicht. Zumindest sehr, sehr viele. Und keiner ist hier hochnäsig zu dem anderen, sondern man ist weitestgehend echt cool und offen zueinander. Und hat eben das Interesse, einfach sich auch auszutauschen und zu netzwerken. Ich glaube, wenn du dich hier rumtreibst, hast du sehr schnell sehr gute Kontakte, um dir noch mehr aus dem zu machen, was du schon hast. Und das ist natürlich ein sehr großes Interesse, das man haben kann. Und abgesehen davon die Sonne, das Wetter, ich weiß es nicht. Irgendwie hat das Ganze was. Deswegen ist, glaube ich, hier final die Entscheidung noch nicht getroffen. Für den Moment heißt es natürlich erstmal nein, weil wir fliegen ganz normal wieder zurück nach Deutschland und dann geht es weiter. Aber eine Sache, die ist jetzt schon klar. Nachdem wir ein paar Tage hier waren, haben wir schon so viel erlebt und heute passiert auch noch echt viel geiles Zeug, dass jetzt schon klar ist, dass wir nicht das letzte Mal hier sind und dass wir höchstwahrscheinlich sehr bald auch wieder hier sein werden. Denn hier sind schon mal so ein paar Sachen entstanden, die man eigentlich fortführen muss, Kontakte entstanden, die man pflegen muss und möchte. Und jedes Mal, wenn man hierher kommt, hat man dann quasi schon eine Base mit Leuten, mit denen man was durchziehen kann, aufbauen kann. Das ist eigentlich eine geile Sache. Deswegen wird es mit Sicherheit nicht der letzte Besuch gewesen sein. Das sind die Gedanken erstmal zu Dubai. Heute ist der vorletzte Tag und wir machen heute nochmal richtig Action. Deswegen fahren wir jetzt los ins Binoos Gym. Haben gerade ein bisschen am Strand die Sonne genossen. Jetzt begeben wir uns wieder in den Verkehr. Noch einmal Salzwasser atmen. Salzwasser. Salzluft. Man riecht es richtig immer, wenn man mehr ist. Ich finde es total geil. Ist schon schön hier. Ist schon idyllisch. Ist schon schön. Ja. Schreibt doch ihr in die Kommentare. Was haltet ihr von dem ganzen Dubai-Auswanderer-Boom? Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr es vielleicht nicht nachvollziehen? Würdet ihr es genauso machen, wenn ihr keine Familie in Deutschland hättet? Vielleicht seid ihr selbstständig und denkt, ich würde es auch gerne machen eigentlich. Geht aber nicht. Hab Familie hier. Hab dies. Hab das. Schreibt eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Es gibt ja auch Leute, die finden das voll scheiße. Ihr habt Geld verdient. Jetzt wollt ihr abhauen. Ihr müsst auch was beisteuern. Ich glaube es geht nicht ums Beisteuern. Jeder, der selbstständig ist, weiß genau wovon ich rede. Es geht bei weitem nicht ums Beisteuern. Wenn euch genau interessiert, wie das mit dem Steuern und den Auswandern und so weiter aussieht, schreibt es in die Kommentare. Es kommt noch ein Video dazu. Ansonsten gerne eure Gedanken damit rein. Für mich ist das jetzt schon sehr schön gewesen. Kleiner Kindheitstraum. Einmal Ferrari fahren wurde erfüllt. Es ist wichtig, dass man sich so kleine Träume erfüllt. Denn es war tatsächlich sehr ernüchternd. Ferrari ist geil. Er sieht auch von außen geil aus. Aber er fährt sich wirklich wie so ein teures Go-Kart. Und das ist auf Dauer schon sehr anstrengend. Wenn du drin sitzt. Ich habe gestern mit Emil gescherzt. Fühlt sich das an, als würdest du so einen aufgemotzten Golf GTI von 2000 fahren oder so. Wirklich so. Das ist heftig. Auch wenn du ihn sanft fährst. Aber trotzdem ist es irgendwie geil. Und wie gesagt, so ein kleiner Kindheitstraum einfach mal erfüllt. Einfach das Auto auch so zu sehen, zu erleben, wie ich starte, da rein zu gucken. Ich mag Autos. Das wisst ihr. Aber ich würde mir so ein teures Auto nicht kaufen. Was heißt so teuer? Also Preisunterschied zu den Autos, die mich jetzt interessieren, ist tatsächlich gar nicht so groß. Aber ich finde das Auto ist sehr teuer dafür, dass es nur einen kleinen Zweck erfüllt. Es ist nur für kleine Ausfahrten gedacht. Ja. Und des Weiteren hier ist das Essen auch teuer. Der Unterhalt ist teuer. Du musst gucken, je nachdem wo du wohnst. Wohnungen sind sehr teuer. Das muss halt alles bedacht werden. Das kannst du mit Steuersparen aufwiegen. Aber es muss halt alles stimmen. Wir gucken. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Ich weiß nicht, dass du wohnst. Du wohnst die Macht. Du wohnst die Leute mit der ersten Sachen. Ich mag mich anders. Das ist nicht passiert. Es ist unmöglich. Es ist nicht möglich. Es ist kein Problem. Es ist sinnvoll. Es ist nicht das Problem. Du wohnst das Geld mehr. Ich kann mich sagen. Ich mache meine moves. Ich mache es bald. Und ich mache es. Das ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste. But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're dreaming